So, wir kommen jetzt zu dem doppelten Step-Touch. Das ist einfach der Step-Touch zweimal jeweils auf eine Seite. Das heißt, wir haben rechts, links, rechts, links und links, rechts, links, rechts. Ich zähle jetzt einmal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit vom Armeinsatz. Ein Beispiel wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.